Hallo und herzlich Willkommen zum Achtelfinale im OCC im O2 Cup. Wir spielen jetzt das Achtelfinale gegen Benni. Benni hat sich auch qualifiziert bzw. ist durch die Gduppenphase weitergekommen. Wurde sogar erster 7-Punkte-Hartagol, das heißt zwei Sieger in Unentschieden. Hat kein Spiel verloren, das wird also ein Hammer. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, hier weiterzukommen. Es wird auf jeden Fall nicht einfach. Unser Team sieht natürlich genauso aus, wie es vorher aussah, denn das Team darf ja mit 200k wert sein. Und das ist es, Weithale. Und es wird auch nicht verändert im Laufe des Teamers. Also man muss mit dem Team spielen, wie es am Anfang war. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt ins Spiel. So, starten wir in die Partie. Das hier ist das Team von Benni. Ein Serie A-Team, mal was ganz anderes. Nein, Golan, Hamzik, Ojeco in Form. Also Rateri 200k auf jeden Fall ausgenutzt. Manu Last, der Held von Barcelona. Und Koulibaly. Stabil, stabil. Ich kann auf jeden Fall sagen. Schön. Ja. Das ist beim Konter. Jawohl. Ja, da ist es. Da ist es. Ja, der Konter war dann da ein bisschen glücklich, dass der Ball da durchgekommen ist. Und ich weiß nicht, wer das war. Lukaku oder Koulibaly, der da irgendwie den Ball verstolpert hat. Aber soll uns recht sein. 1 zu 0, Jesus. Und das hier im Auswärtsspiel. Da kann ich aber Auswärts-Tore gezählt. Nein, Kaka. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ja, schön gespielt. Kaka mit der Hacke. Und dann ist da wieder Jesus, der heute in Top-Form anscheinend ist. Und knallt ihn direkt wieder rein. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 we go. Ei, ei, ei. Der hat. Oh. Oh nein! Ah, scheiße. Ja, wieso geht denn da keiner hin? Mensch! Hat er aber gut gemacht, hat er gut gemacht. Boah! Boah, diese Legs, ne? Unglaublich. Ja, schön gespielt. Sehr, sehr gut. Ganz wichtig, hier nochmal zurückzukommen. Boah, das ist so ein schlechter Ball. Ja, schön gespielt. Ja, schön gespielt. Ach, diese Legs! Ach, EA. Ach, EA. Ach, EA. Boah! Boah! Na ja, das erste Spiel geht 3 zu 3 am Ende aus. Ja, erste Halbzeit deutlich besser, zweite Halbzeit war es irgendwie ein ganz komisches Spiel. Dazu dann noch die Legs. Letztendlich kann man sagen, auf jedes 3 zu 3. Und ja, drei wichtige Auswärtstore. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Rückspiel wird. So, willkommen zum Rückspiel. Das Team des Gegners hat sich natürlich nicht wirklich geändert. Ist natürlich noch dasselbe Team. Spannendes Hinspiel war das. 3 zu 3 ist es am Ende ausgegangen. Drei Auswärtstore, die wir haben. Und mal schauen, ob wir das jetzt ausnutzen können. Und weiterkommen gegen den saustarken Benni. Los geht's! Oje, jetzt sind wir hier durch. Gepäck, jawohl. Sehr schön. Jetzt kommt Konter. Jawohl, komm Jesus, zieh. Überragend, Jesus. Überragend. Im richtigen Moment den Move gemacht. Sehr, sehr nice. Ganz wichtig, hier mit 1 zu 0 in Führung zu gehen. Jetzt können wir ein Tor kassieren und wir werden immer noch weiter. Oh, der kommt durch. Ja, der hat ja schön gemacht. Schön hat Wackback und reingehauen. Dazu noch der Leck, der mich dann wieder geändert hat. Aber egal, das gehört halt dazu. Nein, der macht ihn nicht. Marco. Mensch, Marco. Mach ihn doch. Gut. tempsstunden auf. Mach ihn doch! Ich bin jetzt vom Kilmer. Ja, schön gemacht. Doch, was! Hat. Ja, schön gemacht. Wo ich denn einen der freistöße kann, Schweini, Schweini kann der freistöße, jemand anderes hier, Lois, dann haben wir mal den Lois, den Marko, boah, war gar nicht mal so schlecht, der war gar nicht mal so schlecht hier, Elfmeter, ja, tut mir leid, aber leider ist das bei FIFA halt so, wenn man dann so einen Skill-Move ansetzt und der Gegner den halt, den Gegner halt rührt, dann ist es oft halt Elfmeter und ja, oh, ich wollte gar nicht mit Schweinsteiger schießen, na egal, er macht ihn, sehr, sehr, ganz, ganz wichtig, Schweini, ganz, ganz wichtig, das 3-1, das heißt, zwei Gegentore bekommen und es gibt Verlängere, oh ja, beziehungsweise ich glaube, stimmt gar nicht, es gibt dann das dritte Entscheidungsspiel, muss das dann geben, vielleicht hätte ich mir die Regeln mal vorher durchheben sollen, wäre wahrscheinlich besser gewesen, schöner Lauf hier vom Wendel, nein, das mache ich, ach ich Idiot, und wieder gehen wir mit zwei Toren Vorsprung hier in die Pause, mal schauen, ob wir es diesmal über die Zeit bringen können, die Führung, es ist auf jeden Fall sehr spannend, oh fuck, oh Pawlenka, ich wollte gerade eben sagen, Pawlenka, du Tier, oder machst ja sowas, Junge, schön, von Jona Kaka. Nein, Kaka, er macht ihn nicht. Ach, wie der Ball da wieder zurückkam. Unbelievable. Oh, wieso? Oh, ja, ja. Das bringt den Ball hier mal raus. Freunde, ey. Oh, wow. Oh, was kein Glück. Da muss man ehrlich sagen, der hat aber auch richtig Pech, der arme Benni. Einige Sachen, die hätten auch reingehen können. Da ist der Sieg. Ja, 3-1 gewonnen. Damit insgesamt 6 zu 4 im Hin- und Rückspiel zusammen. Ein unentschieden. Ein Sieg. Wir sind weitergekommen. Viertelfinale. GG an Benni auf jeden Fall. Sehr, sehr starker Spieler. Er hatte gerade im zweiten Spiel ein bisschen Abschlusspech. Wie man sieht, hier auch diese Bilanz total ausgeglichen. Ich konnte natürlich durch meine Führung es etwas ruhiger angehen lassen. Ein bisschen mehr mich auf die Defensive konzentrieren. Und ja, ein bisschen Glück dann im Abschluss vom Gegner. Dass nicht ein paar Sachen, ein, zwei Bilder nicht reingegangen sind. Und dadurch sind wir jetzt weiter. Und mal schauen, wie es dann im Viertelfinale des OCC weitergeht. Mal schauen, wie weit wir noch kommen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.